Guten Morgen, ja, ja, ihr wisst schon, hier ist der Muntermacher. Und schon wieder hab ich ein Gedichtchen für alle bösen Menschen. Gottes Mühe, mal langsam, wenn wir es auch oft nicht sehen. Deine Sinne, die sind wachsam, es lässt keinen Straffall gehen. Ganz egal, wie lang es her ist, eine Sünde, Neid und Gier. Aber irgendwann, da kriegt ein jeder seinen Lohn, das glaube mir. Darum, Leute, irgendwann kriegt jeder seinen Deckel.